Böding im Angriff, Teckern über die linke Seite, da läuft Isika, der Ball, wird zurückgespielt, da kommt Ferrati zurück und da ist das, ja, 2-3-1, Bödinger, Schawan, Ferrati bringt uns hier in Führung, Leute, ich muss mal nach unten schauen, ob ich mir in die Hose gepieselt habe, nein, mir ist das noch alles trocken.